Läuft. Okay, wollen wir anfangen? Ich kann es nicht, ich muss noch die Vorhänge zumachen. Okay, wollen wir anfangen? Okay, wollen wir anfangen? Okay, wollen wir anfangen? Okay. Okay, wollen wir anfangen? Okay, wollen wir anfangen? Olli? Ja. Dein Kumpane kommt nicht heute. Nee, dem ist zu warm. Den kannst du eh schon wieder abschreiben, so wie ich das sehe. Ich lasse anfangen jetzt endlich, wir sind denn hier. Hallo. Moment her. Ich habe ja immer ein Bandet gehorcht, gell? Alter! 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 ha 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 ach das kann man nicht immer spielen wir machen nur die ganze zeit team brex in der base es reicht eigentlich diese illusion alter oh Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe heute nicht so viel getrunken, ich bin komplett hinterher heute. Ich habe jetzt schon 6 SS angefangen, deshalb bin ich ja so hinterher. Okay, Teamcheck erst einmal. Ich bin Neurod. Der Rest muss der Doktor ausmachen. Wow. Ja, ich bin auch rot. Estern ist blau. Nicht los, Estern, gell? Was? Das geht gleich los. Das war nicht die ganze Zeit nur drauf. Teamcheck. Schau, das passt schon wieder gut. Uli, du bist blau. Wieso bin ich blau? War jetzt in der dritte Zeit. Wieso und wir? Spiel doch. Ich will mit CDA spielen, das ist viel fairer. Na gut, okay. Ist das fairer? Oh. Na okay, das können wir schon machen. Wieso? 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 Probieren wir es halt, das wird es schon geben. Wenn, dann ist es schnell vorbei. Was? Wir zwei gegen uns drei. Das wird eine Schlacht. Das ist spannend. Also ein Schlachthof für euch. Also ich denke jetzt auch, dass ihr... Aber dann wollen wir Rampage machen. Yes. Achso, ihr wählt eine Map aus. Nein, wir wollen doch die Rampage spielen. Wir wollen doch das spielen. Ja. Jetzt machen wir Rampage, der Oli und ich gegen uns. Das wäre recht, ich kann schon sagen. Das wollen wir schon sehen. Okay, zeig es euch mal. Ja gut, mach mal. Go, go, go. Also die blauen sind die Democrats, da. Sind das ja Team Blau? Das war ja eher so gemeint, wie das das halt so ist. Ich habe gar nicht geschaut, ob du Team Blau bist. Oli? Ja. Da wird eine behauptet, aber... Wir zwei gegen dich spinnst du? Okay, auf geht's. Hallo? Wir haben wenigstens Spaß beim Verlieren und die sind eh scheiße. Na gut. Jo, willst du Ingenieur spielen? Haha. Was? Machst du wohl Demo-Main? Ja, gern. Also lieber als Ingenieur. Ja, dann mache ich Ingenieur oben, baue oben die Sentry auf, wie der Backer und du musst halt oben halten dann. Und ich schaue, dass ich rüber renne und schaue und Stress mache. Das kriegen wir dann schon hin. Okay? Das ist der Plan. Am Anfang? Ja, okay. Na, wir müssen uns erst mal noch üben. Also mich wird es wunder, wenn es jetzt zu Minus ausgeht. Hm, dann schauen wir mal, was ich wundere. Jetzt hake halt nicht so offen sein da rum. Nicht? Ja, gut. Ja, okay. Ja, jetzt drück ich euch. Ja, also, ja, drück ich eh keiner aufnehmen. Super. Oli, du brauchst nicht aufnehmen. Oli, du brauchst nicht aufnehmen drücken, du bist ja bei uns im Team. Der Rest soll es nicht schaffen. Ist egal. Das ist, ja. Obwohl das jetzt lustig wäre, verstehst du? Das ist, was die Leute sehen wollen. Dafür bezahlen sie. Ach, da fällt mir noch was ein. Aber erinnere mich mal dran an die Handyscheiße, wenn wir fertig sind. Jetzt geht es erstmal los. Ja, lass es gerade hin. Cue nimm mal auf. Cue nimm mal auf. Cue nimm mal auf. Der Erste kommt schon. Okay. Oh, es sind alle drei da. Du hast bloß ein kleines Sentry, gell? Sorry, aber... Kördding, kördding, der muss weg. Der muss weg. Oh, ist ja natürlich leider auch weg. Oh, bist du okay. Kannst du kurz auffüllen? Komm schon wieder, Hilfe. Oh, das ist ja der ist. Oh, die ist ja der ist. Oh, das ist ja der ist. Also, ich glaube, du bist ja der ist. Denk daneben hier ist die Sentry. Ja. Nix draufschmeißen lassen. Ah shit. Guck mal. Shit. Geh das alles dicht. Lässt du mich mal drauf kommen? Oh ne. Äh jetzt. Ich hab noch 3 live geschraubt. Sentry down im Moment, gell? Bis auf Nelga enthült mich jetzt. Gut. Die Regel. Steht sie noch? Ja. Shit ham ich. Sentry ist weg. Ich bin down. Auch alles down? Auch alles down? Nice. Ah Sentry ist weg scheiße. Ja Sentry ist weg. Oh. 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 Zwei Soldiers kommen. Zwei Soldiers kommen. Zwei Soldiers aufhalten. Ich komm rein. Lass mal rauf. Jetzt. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht was du machst. Du musst hier. Hierher. Hier. Das hier muss dicht sein. Ja. Das wenn sie hier rinden, dass sie da tot sind. Ah shit ham ich. Ich geh mal rüber. Jo. Stimmt. Dem kostet ich mehr ne? Du spielst hier im Moment. Nein. Doch. Ist der Lösch noch da? Arschloch. Komm. Warte ich da noch hin. Bin da. Lass mich. Das darfst du nicht machen. Nicht auf Glück. Jetzt hab ich gecheckt. Wie ist das äh. 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 Ist das nicht so schlecht? Ist das rolle? Ne. Äh. Äh. Das darfst du nicht machen. Ist das nicht so schlecht? Ne. Äh. Ja okay. Das weiß ich nicht. Das du bist der Demoman. Ja. Deswegen ist der Demoman so schlecht. Vorsicht der Granat von mir. Und vom Ding. Ist halt alles weg. Du musst mit dem Murph viel sparsamer sein. Viel sparsamer. Erst wenn sie da sind. Die Murph schmeißen. Ah. Der lebt noch. Demoman kommt hoch. Ne. Ich bin. Bin tot. Die Murphne. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach. Der nächste Schiff da. Gerni. So, unten ist noch, ja. Sollte es da. Ah, schädig, ich wollte noch mal drauf aufbauen. Ja, ich lieg's ja drauf. Naja, da nicht so. Ist der Perkstlick? Ja, so ist besser, so ist viel besser. Dass da, wenn sie unten sind, dass die gleich, äh... Also, sobald du siehst, kannst du drücken, weil unten alles zu ist. Und die sehen dich nicht, aber du siehst schon, wenn sie die ersten Granaten schmeißen. Und sobald du eine EMP siehst, musst du dann die Mörf reinschmeißen. Ja. Weil die EMP explodiert, deine Gelben sind weg und derzeit explodiert die EMP, oder? Oh. Jetzt hättest du sagen können, dass das Ding explodiert, das muss dir das nicht. Ja, tatsächlich explodiert. Danke. Jetzt haben wir volle Sentry endlich. Are you so relativ big. wig solltier es dulz? Nope. Da ist sie hingestellt! Wie schaut es bei uns aus? Alles klar. Komm mal hoch. Und ich stelle da mal einen Dispenser auch mal da ins Eck. Da kannst du Rüstung nehmen, gell? Okay. Soldiers, bei dir ist vielleicht leichter angeschlagen. Wow. ARD Text im Auftrag von Funk Der Doktor ist mit beim Ding verteidigt, du hast nur einen Sander. Ja, der draus wieder hoch. So, passen, dass ich nicht von hinten überrascht. Was ist denn da, wo da ist und das tut? EMP nennt sich das, hab ich von Becca gelernt. Der Ingenieur, der Sander, war bei sich vor der Base. Also bis zu dem, was kommt, musst du damit auch. Du hast einen neuen Namen, TDA, Suicide-Bäcker. Das kann ich nicht mehr, was dagegen sagen. Oh, Q-Cole. Ja, sag ich auch. Und dann komme ich aus dem Ding raus und renne in den Sander rein. Alter, nimmt er alles mit, ne? Wir haben einen Sander. Wir haben einen Sander. Ja, das ist schwer. Das ist auch ein wenig gewonnen. Also ich hätte jetzt gesagt, natürlich Die Hard, aber glaube ich nicht. Nee. Das ist, äh, oh. Augen auf beim Sensi-Kauf. Oh, das ist ja nicht sehr. Das ist ja nicht so viel. Da ist Q. Oh, da ist der Sander gleich dahinter. Echt. Die Idioten kommen immer an Doppelpack. Das ist kein Problem. Bin da. Keiner da. Da hab ich schon mal. Danke. Bisschen Damage hat sie voll genommen bei Sandrigal. Oh. Ach, bin ich froh, wenn ich den Cheat-Mode rausgetan hab. Da freue ich mich drauf. Na, du kannst ja die ganze Zeit unendlich schnell laufen, weil dann... Ah, das Sander. Geh weg, Sander. Weil, äh, dann kick der dich vom Server und sagt, So halt, für wegen Cheating. Das heißt, du musst deine Sprints gut einteilen. Ich hab zwei Leute hier. Bäh. Sander muss bei dir sein. Noch seh ich nix. Der Perl liegt. Hauptraum? Ja. Ja. Die waren alle drei drüben. Nichts nochmal alle drei. Schön. Hier. Okay, bin nicht da, bin nicht da, bin nicht da. Sander muss bei dir sein langsam. Ja, muss bei mir. Danke Doktor. Ja. Da spielst du nur bloß zwei Grenzen platz. Das macht ja. Warum geht's hier überhaupt raus? Wir können das dem... Können das dem... Was wollte ich denn für dir noch? Was wollte ich denn für dir noch? Irgendwas wollte ich für dir noch. Ja. 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 audiences auf den leften. Da hab ich gekillt. Na wär am hin, Scheiße. Ich komm rauf. Warum sag ich was. Was? Du hast doch die Grenade vom Cube. Sag Quando was war nicht też. ist endlich so voll dispenser start kannst du rüstung nachfüllen und und dann da kommen ja ich habe mich über mich steht ich bin drüber den die 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 Ich hab's nicht vergessen. Äh, es wird alles weg. Hector! Das händelt wahrscheinlich, wenn ich hier zu den... Ah ne, kaputt gemacht, nice. Wie schaut Sponsors aus? Komm ich, komm ich, komm ich bau wieder auf. Oh, das andere kommt wieder. Musst halten, gell? Das ist der Moment. So, Becker, wenn du dir das anschaust, den Trick hast du noch nicht gekannt, hehehe. Äh. Ich weiß schon, aber der schaut die Demos an. Der kann sich ja anschauen, was ich gemacht hab. Der hat auch gestaunt, als ich mal als Engineer hinten einen Aufzug hochkupft bin. Der hat auch gesagt, öh. Müssen wir kurz, äh, refillen? Ich bin nicht da. Oh, nice. Dann geh ich jetzt. Ja, ist so toll. Endlich hast du es geschafft, Doktor. Sander ist durch, Sander ist durch, Sander ist durch. Jetzt geh ich rein. Schön gemacht, ja. Ah, Sander ist kaputt, oder was? Sorry. Alles zählt. Ist mein Dispenser noch da? Ähm, hab ich ja gesehen, ne, ich hab das glaube ich weg. Shit. Dispenser ist wichtig. Dispenser ist auch weg. Hauptsache Flagge ist auch noch. Ich brauche es wieder hinten ans Eck. Oh, so lang. Ne, ich schau, wenn der Dispenser da steht, dann muss ich nur einmal rauflaufen und kann, äh, der Engineer kommt, und kann, äh, die Sentry auf Level 3 machen, mit einem Zug. Bin ich. Lauf ich durch. Danke. Warum? Weil der Q in der drüben war. Ja gut, war das jetzt Suicide, oder was? Ja, ne, wir wollten immer Platz machen für die Leute. Ist das jetzt Suicide Squad? Ach, gut, gut gemacht. Na ja, aber die halten wir wahrscheinlich jetzt nochmal, ne? Ja. Ja, das fühl ich auch. Schall ich auch vor unwahrscheinlich, aber manchmal ist so. Machen wir mal so einen Kills. Oh, oh, okay. So, du bist allein, ich gegenüber. Ach, keine Rockets, Scheiße. Das sind immer genau so mitbaut, dass ich dann durchkomme. Anderns haben, der Male ist weg. Ne, ich musste auffüllen, hallo. Ja, äh, die Flächen. Ah, Sander geht hoch, Sander geht hoch, hä? Ich hab nix, ich hab noch Schraubens hier. Machen, Blatt. Spring alles. Super, jetzt hab ich halt. So geschafft, nice. Nice. Hilf doch mal, der Q ist noch da. Sorry. Hast du mal Sander dich ja kaputtgemacht neben dir, oder? Nö, Sander dich nicht. Aber das hilft mir nix, der muss weg. Sander explodieren. B war, okay. Ja, nice. Das ist aber doch noch gut gerendet, Mensch. Dispensers aber keine da, Scheiße. Ich soll mal aufbauen. Dispensers aber auch nicht mehr Sander. BD, 101 machen wir aber, du und ich Sander. Das ist das Ding von hoch, Sander so unten aufpassen. Sander so. Ich hab 11, als ich komm mal auf, ich hab nix, glaube ich durch. Guck mal, Sanderi. Na weg. Cue, oder? Ich muss runter. Oh, fuck. Sanderi macht's. Sanderi macht's, gut. Gut, 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 gut. Sanderi macht's. Ich hab' keine aus, da hast du ein bisschen was. Sanderi macht's, da hast du ein bisschen was. Ich komm' drauf, ich komm' drauf, ich komm' drauf, ich komm' drauf, bin ich. Cue kommt. Gut, lebe 3 Cent, ich hab' auch versuch'n. Ich hab' auch versuch'n. Ich hab' auch versuch'n. Hat schon jetzt mal verlegt den Arsch. Drei, 13 hat's noch gehabt. Der lebt noch, ne? Ja. Der muss ja kaputt schätzen. Ja. Schleiß' dich, Sander! Fuck. Oh, nice. Oh mein. Ich lege das Boss wieder in den Gang rein. Der nächste schwirrt auch. Ich komm rauf, ich komm rauf, ich komm rauf. Oh, der Centlicht auch nicht mehr. Nice. Das ist ja der Kid. Das ist mich am meisten embarrassing, wenn man nicht weiß, wie man sich eigenes Centlicht gebaut hat. Oh. Oh, kommt einer, ich hör's. Ich seh' keinen. Oh, was tut das mit dem Rung hier vor? Oh, da kommt doch Sander, kommt. Und das war ja immer zu mir. Die Komma ständig, ich muss ständig alles neu aufbauen hier, das ist scheiße. Stopp. Die müsste ich gut gestorben. Zander ist noch da aufpassen. Na gut, das war nix Zander, das gebe ich zu. Spawn campen, oder was? Oh, der Zander fahr echt bei mir vorm Auffielraum, dass ich nicht rauskann. Freilich. Das hab ich beim Basketballspielen gelernt, oder was? Es gibt ja Meldung, wenn er keine Granaten mehr hat. All granates are in the clip. Hab ich noch nie gesehen. Wenn du nachladen willst, aber keine Granaten mehr hast, sagt er. All granates are in the clip. Sander schwirrt auf. Ich geh jetzt mal lieber an den Doktor. Ja, mach das. Du hast dann Dispenser, du hast alles, mehr kann ich dann geben. Ah, ich hab wieder was tun. Oh Gott. Ich hab eine Beine geholfen. Der hat mich schön in die Zange genommen. Oh, mein Sentry ist kaputt, oder? Ja. Oh, mehr ist nicht passiert sehr gut. Ich hab eine Beine geholfen. muss er jetzt belassen können. Schaut's aus? Alles ok, ist anders auch. Na endlich. Oh, ich brauch mehr. Oh, Kürzer. Jetzt hat er 140, oder? Ja, gut. So ein Rucksack hast, gell? Sag Bescheid. Ich glaub mal runter. Vorsicht. Schau schön. Beide doch mal. Denk dran, du kannst da hinten da am Dispenser, gehst hin und drückst Q, kriegst du volle Munition. Musst du ein bisschen warten, das Auto muss... Ah, soviel dazu. Zander hab ich gekillt, du hast ihn nicht gekillt. Gut, war's. Was ist los? Ich hasse das auch, wenn der Q nicht weggeht, verstehst? Danke, Sander. Ja. Deadpack geht los in 5. Shit, da geh ich gekillt. Aaaaahhhhhh. Das ist was ich sehen, ich wollte runterhupfen, ich hab's nicht geschafft. Du musst am Boden, verstehst? Du hängigelaufen. Ja, überhaupt noch. Ich krieg gleich, wenn du durchkommst. Uuuuh, du hast Dixen Q, nice, oder? Direkt unter den Füßen vor rüberkommen, wenn die Q wieder aufkalken. Wir schießen, probieren wir immer. Aber dann retten wir mal einen Gegenschieß, mich runter, dann bräuchten wir über. Ohhhh, Timelimit. Das ist grad, wenn wir fast gewonnen hätten. Ja, war eine knappe Sache. Also ich hab gar nicht mehr gespielt, ich war die ganze Zeit der Fähne. Ende. Ja, ich hab mich echt gewonnen, dass du so ruhig daheim bleiben konntest. So, naja, hm. Oh, ok. Kurz Pause? Ja, Pause. Alles klar, ich bin mal eben aufkommen. Ich brauch eine Handynummer für irgendwem. Habt ihr gehört? Ich brauch eine Handynummer für irgendwem. Habt ihr gehört? Was ist denn? Ne, zum Uploaden, ich erklär's dir gleich. Zum Uploaden auf Youtube, wenn der Ding da ist. Was ist das Uploaden? Uploaden auf Youtube. Ich glaub, das macht der Doktor dann. Haha!